Walking on Sunshine ist einerseits unsere Schlussnummer, unsere musikalische, und an Walking on Sunshine, weil wir innerhalb jetzt der Produktion, alle die dort teilgenommen haben, der Auffassung sind, dass das Alter durchaus genau so sein könnte. Wir sind nicht sicher. Nein, wir sind nicht sicher. Aber es ist eine Möglichkeit, es so sehen zu wollen oder erst mal so zu betrachten und nicht so pessimistisch drauf. Genau.